Hi und willkommen auf die rigorgeflickte Freude des modernen Fußballs und damit willkommen zu Spielen zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg. Dortmund hat sich letzten Endes 5 zu 1 durchgesetzt und jetzt fangen wir noch direkt an mit der Analyse. Also die Startaufstellung hat mir von Anfang an sehr gut gefallen und auch die Körpersprache zu Beginn hat mir sehr gut gefallen. Das hat man sehr gut angeknüpft an die gute Leistung eben gegen Bayern 04 Leverkusen letzte Woche. Man ist mit einer breiten Brust rausgegangen, man wollte direkt von Anfang an zeigen, man ist der BVB, man möchte dieses Spiel unbedingt gewinnen und klar gab es von Freiburg nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Dortmund hat jetzt auch in den ersten 7-8 Minuten natürlich den Gegner so ein bisschen eingeschnürt. Es gab jetzt nicht wirklich viele Torraumzehen, aber man hat direkt gemerkt, dass die Jungs geil drauf sind unbedingt das Spiel zu gewinnen. Das war die letzten Wochen tatsächlich oder besser gesagt die Spiele vor der Winterpause waren eben nicht dementsprechend und da hatte man auch das Gefühl, dass die Mannschaft zu behäbig ist, dass die Spieler nicht bereit sind die letzten Meter mitzugehen. Hier muss ich auch wieder Adeyemi loben, seine Defensivarbeit war gut, wieder wie gegen Leverkusen, auch gegen Mainz hat sich das leicht verbessert. Wenn ich mir jetzt einfach nur mal zurückerinnere an die Spiele vor der Winterpause, wie oft Adeyemi so ein bisschen behäbig agiert hat und da gab es so eine Szene gegen C.D. Bieler, wo C.D. Bieler meiner Meinung nach auch schon direkt eine gelbe Karte hätte bekommen müssen, weil Guerrero davor, er ist halt von hinten reingegrägt, Guerrero, es war jetzt kein bösartiges Foul, aber gerade durch die Körperdrehung von dem Freiburger sah das natürlich auch sehr gefährlich aus, war eine gelbe Karte. Und da gab es so eine Szene, wo C.D. Bieler, Adeyemi schon an dem Fuß gezogen hat, als er auf dem Boden lag und das müsste eigentlich auch taktisch gesehen gelb sein und das waren insgesamt zwei, drei Aktionen von ihm. Da muss ich auch Streich mal so ein bisschen auch natürlich fragen, warum er ihn noch nicht runternimmt, weil es war ja offensichtlich, dass er viele Probleme hatte gegen Karim Adeyemi, aber er hat ihn halt auf den Platz gelassen und zwei Minuten später hat er dann eben gelb-rot bekommen. Für mich die richtige Entscheidung. Da kann man natürlich streiten, ob das nicht ein bisschen zu hart war, aber gerade weil ich diese Szene ja noch im Kopf hatte davor, bevor er die erste gelbe Karte bekommen hat, das wäre für mich eigentlich auch eine gelbe Karte gewesen. Das waren eigentlich drei gelbwürdige Fouls und deswegen kann ich es verstehen. Ich kann aber auch verstehen, wenn jetzt Freiburger sagen, auf der anderen Seite hätte es den nicht gegeben und es ist schwierig, das letzten Endes auszuwerten, aber ich muss sagen, dass die Schiedsrichterleistung mir nicht wirklich gut gefallen hat. Also er hat mir ein bisschen zu kleinlich danach gepfiffen, hat dann versucht, das Spiel so ein bisschen auch zu kontrollieren, der Schiedsrichter, aber dieses kleinliche Gelb zeigen und viel zu schnell abgefiffen, hat das Ganze eben nicht wirklich beschleunigt und ich muss sagen, der BVB hat sich dann natürlich auch die linke Seite eben auch als Zielsetzung gesetzt und sie haben natürlich ihre Angriffe dann über links gestartet, denn die Freiburger waren dann eben auch ein Mann weniger, also auf ihrer rechten Seite und ich muss sagen, bis zum 1-0 war das Spiel wirklich gut. Man hatte jetzt nicht viele Torraumzähne und ich habe mir auch so ein bisschen noch gewünscht, dass man ein bisschen mehr mit Tempo nach vorne geht. Ich muss leider auch sagen, wenn ich das Spiel überhaupt kritisieren kann, dann ist das so nach dem 1-0. Man war viel zu behäbig auf einmal, mit wenig Tempo, klar. Mental hat man sich schon darauf eingestellt, man führt 1-0, man spielt zu Hause, der Gegner ist ein Mann weniger, aber es gab kaum den inserwerte Zähnen, der Ball wurde halt hin und her gespielt, es ist eine Pseudo-Überlegenheit, die optisch dargestellt wurde, aber das war halt eben nicht der Fall. Man hatte kaum irgendwelche Zähne, Freiburg hat den BVB halt eben den Raum gelassen, den sie halt eben geboten haben. Die Abwehrreihe ist natürlich weiter nach vorne gerückt, weil die Freiburger noch weiter nach hinten gerückt sind, aber das hat mir nicht so gefallen und das Gegentor war eigentlich mit Ansage. Ich stand da auch schon, ich habe mir schon gedacht, es ist zu perfekt und natürlich macht Höfler den Ball auch rein. Das war wieder so ein Ping-Pong, sehr komisches Tor, dass der Ball daneben von dem einen Minerverteidiger zum anderen Minerverteidiger kommt und dass er dann den Ball auch noch perfekt trifft. Ja, das passiert, das ist der Fußball und diese Tore muss der BVB auch aber auch in Zukunft eben abstellen. Aber ich bin froh, dass dieses Tor passiert ist, denn danach gab es wieder dieses Klick bei den Spielern und die letzte Minute vor der Halbzeit haben sie wieder Gas gegeben. Dann bin ich wirklich froh, dass der BVB nur mit einem Ausgleich in die Pause gegangen wäre. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Freiburg in der 60. oder 70. Minute den Ball reingehauen hätte und es würde zu dem Zeitpunkt eben nur 1 zu 1 stehen. Vielleicht drehen die Freiburger das Spiel auch, aber deswegen war das für mich auch so ein gutes Zeichen, auch wenn man das natürlich auch abstellen muss, diese einfachen Gegentore zu kassieren. Auch im zweiten Durchgang und es war wirklich eine sehr schöne Halbzeit. Natürlich, man war ein Mann mehr, aber man hat wieder dieses Gefühl gehabt, wie zu Beginn der ersten Halbzeit, dass die Jungs geil drauf sind, Tore zu erzielen. Ademi macht das natürlich überragend. Jude eben mit der Hacke weitergeleitet auf Ademi, 2-1 und dann in der 51. Minute Rafa Guerreros Flanke auf Sebastian Aller. Nach langer, langer Leidenszeit trifft Alea mal wieder uns. Es war ein sehr schöner Moment, auch als Aleas Name dann aufgerufen wurde als Torschütze. Ich denke mal, auch wenn man nicht vielleicht die Emotionen bei Alea selbst gesehen hat, aber diese innere Zufriedenheit auf einmal, dieses Gefühl von, ja, ich habe hier darauf hingearbeitet, war auf jeden Fall was sehr, sehr Schönes und ich hoffe auf jeden Fall, dass Alea eben auch dadurch weiter steigt, sein Selbstbewusstsein weiter aufbaut, denn erst nach dem Tor habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass Alea wirklich mit sich selbst im Reinen ist, wo er halt eben auch direkt mehr mit im Spiel drin war, denn davor stand er halt vorne drin. Natürlich gab es da so ein, zwei Szenen, wo er sich gut eingeschaltet hat. Ich sollte einfach sagen, dass es einfach der bekannte Dosenöffner bei Alea war und man hat das auch auf jeden Fall gemerkt, dass die Spritzigkeit auf einmal wieder da war. Das ist ja halt auch der Fall bei Stürmern und gerade wenn du eben noch lange verletzt warst, aus diversen Gründen, durch seine Todentumerkrankheit, deswegen muss man das auch so ein bisschen berücksichtigen, aber man merkt auf jeden Fall, er ist noch nicht hundertprozentig fit, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Das 4 zu 1 von Brandt war natürlich auch überragend, auch das Tor von Gio folgt mich auf jeden Fall für den Jungen, weil er ja auch gegen Lepacusen ja nicht gespielt hat. Das heißt, er hat in den ersten drei Spielen in der Rückrunde, oder Rückrunde ist das ja nicht, aber halt eben in diesem Kalenderjahr getroffen. Man hat jetzt vier Spiele und vier Siege eingefahren. Man spielt wieder wirklich guten Fußball, ansehnlichen Fußball. Natürlich muss man darauf aufbauen. Es gab natürlich immer wieder Phasen, wie zum Beispiel auch gegen Mainz oder halt gegen Augsburg, wo man so ein bisschen eingeschnürt war, wo man nicht das Gefühl hatte, dass die Jungs bereit sind, den letzten Schritt gemeinsam zu gehen. Deswegen bin ich gespannt, wie die Herangehensweise im Pokal am Mittwoch sein wird, weil das hat wirklich so ein Potenzial, dass man hier eben ausrutschen kann. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht man das Auswärtsspiel dann in Bremen ein. Man hat natürlich auch durch diese Niederlage im Hinspiel natürlich noch einiges wettzumachen. Also ich bin echt gespannt, wie man gegen Bochum spielt. Also ich sehe auf jeden Fall das Potenzial da, dass der BVB hier auch rausfliegt. Also schön und gut, die ersten vier Spiele. Ich hoffe aber, falls, ich hoffe nicht, dass man rausfliegt, aber falls man rausfliegt, hoffe ich, dass man eben diese Sachen, die man jetzt gut gemacht hat, eben weiter verbessert. Natürlich hoffe ich, dass man im Pokal weiterkommt. Ich habe aber ein sehr, sehr mieses Gefühl, irgendwie im Pokal, dass die Bochum eben heiß sind, den BVB unbedingt zu besiegen. Und es ist Pokal, es hat seine eigenen Gesetze. Wir sprechen uns dann auf jeden Fall Donnerstag, dann bei der Spielanalyse. Und ich hoffe, dass der BVB sich durchsetzt. Aber ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Das ist ja nur meine Meinung. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung unter den Kommentaren schreiben. Ihr könnt mir auch eure Meinung unter dem Video schreiben. Aber das ist ja auch nur meine Meinung. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung unter den Kommentaren schreiben, was ihr für ein Gefühl habt am Mittwoch gegen den VfL Bochum. Und wie seht ihr aktuell den leichten Aufwärtstrend beim BVB? Glaubt ihr auf jeden Fall noch, dass der BVB vielleicht sogar um die Meisterschaft mitspielt? Wer weiß, wer weiß. Aber ja, ich möchte das Video auch nicht zu lang machen. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Euer Diriakos.